Nesodello Akangili Kam ursprünglich ins Hobby als Kubares Spezies Shiro Utsuri habe ich hier jetzt Man hat dann irgendwann festgestellt, es ist keine Kubares, sondern eine Nesodello Assel Die aus Japan kommt Und diese Nesodello Akangili gibt es in verschiedenen Farbmorphen im Hobby Wobei die Shiro Utsuri hier die verbreitetste Farbmorphe ist Es gibt auch noch Silva und ein paar andere Es gibt eigentlich nur Farbmorphen im Hobby Ich habe Schwierigkeiten gehabt herauszufinden, wie die überhaupt als Wildform aussehen Also wenn ihr den Namen einfach, den Artnamen und Kattungsnamen bei Google eingibt Werdet ihr nur Farbmorphen finden Ich vermute mal, aber das ist nur eine Schätzung von mir Dass es eigentlich ursprünglich als Wildform eine rein graue Art sein sollte Vermute ich mal, wenn ich mir die angebliche Silvamorphen so angucke Aber es ist jetzt nur eine Vermutung von mir Wenn jemand was anderes weiß, sagt mir Bescheid Schreibt es in die Kommentare Ich möchte jetzt hier nicht zu eingebildet klingen, aber immer wenn ich sowas sage, kann mir niemand eine Antwort geben Meistens sind es dann tatsächlich noch ungelöste Rätsel, die ich hier frage Also Shiro Utsuri heißt diese Farbmorphe Die aus der Koi-Zucht kommt, diese Bezeichnung Und bedeutet einfach nur schwarz-weiß Finde ich übrigens schön und irgendwie stylisch Ich mag auch so den Japan-Style, die Tiere so zu benennen Jetzt heißt sie hier Shiro Utsuri Könnte man sich eigentlich bei anderen Asseln auch angewöhnen, oder? Also hier, sonst heißen sie hier immer Panda-Asseln, Dalmatina oder so Jetzt kommt man langsam bei den kubanischen Asseln auch darauf Das ist eigentlich auch nur eine schwarz-weiße Farbmorphe Wird aber auch als Koi bezeichnet Jetzt werden die Morphenbezeichnungen auch ein bisschen stylischer Shiro Utsuri Also eine schwarz-weiße Assel aus Japan Ich habe gerade über Kubaner geredet Die sind ähnlich hier ein bisschen Das ist auch eine sehr wuselige Art Hat eigentlich so das klassische Kubaris-Körperform-Aufbau-Zeug Also schon kompakt Fast wie so ein Rechteck so ein bisschen Sehr kompakt Deswegen hat man wahrscheinlich am Anfang auch gedacht Die kommen aus der Gattung Kubaris Weil die Körperform ist schon sehr ähnlich Aber im Gegensatz zu den anderen Kubaris-Arten Sehr viel wuseliger unterwegs Ihr seht hier überall die Antennen Am rumwuseln und so Sehr cool Sehr wuselig Sehr zeigefreudig Extrem zeigefreudiger Art Sehr hübsch anzusehen Gerade auch wegen dieser fast schon leuchtend weißen Grundfärbung Die so ein bisschen durch schwarz unterbrochen wird Die Babys sehen fast auch so wie weiße Asseln Also die ganz kleinen Was ihr hier seht Das sieht ein bisschen aus wie Parmesankäse oder so Was ich darüber gestreut habe Aber das sind geschredderte Zierfisch-Sticks Die schredder ich immer Also die mixe ich in so einem Mixer Und das finden die ganz cool Das essen sie sehr gerne Ansonsten habe ich hier natürlich die übliche Assel-Grundausstattung Mit Laubwaldhumus Und Erdboden Altes Laub Ich habe hier jetzt auch so ein bisschen Schaschim-Moos mit drin Ne Quatsch Nicht Schaschim Äh Spagnum Entschuldigung Spagnum-Moos habe ich hier mit drin Habe ich aber tatsächlich nur Wenn ihr sowas bei mir in den Assel-Boxen seht Dann wahrscheinlich weil ich irgendwann mal den Zuchtansatz mit diesem Moos gekauft habe Und ich das da so reingekippt habe Tue ich normalerweise nicht in meine Assel-Boxen Stört mich aber auch nicht wenn es trotzdem drin ist Ist ja ein schönes Feuchtigkeitsspenden Moos wird auch immer empfohlen Würde ich jetzt aber freiwillig bei mir tatsächlich gar nicht reintun Nur zufällig dann da Weil ich sprühe regelmäßig Das Laub und so Das hält die Feuchtigkeit schon gut Damit habe ich die Haltung eigentlich auch schon beschrieben Eine Box oder ein Terrarium Wie ihr lustig seid Schönes Laub rein Im Grunde reicht tatsächlich einfach nur Laub Und das Laubwald-Humus Das machen die Asseln dann selber da draus Die nehmen das Laub als Nahrungsergänzung Und knabbern das auf Dazu kann man dann, wie ich das mache Zierfischflocken geben Oder Zierfisch-Sticks, die ich hier geschreddert habe Temperatur Ja, guckt euch japanisches Klima an Ich halte meine Asseln rund und bei bei 25 Grad Und ich habe auch kein Hygrometer hier drin Ich sprühe regelmäßig Achte darauf, dass die Feuchtigkeit gut ist Denn es sind Krebstiere, unsere lieben Asseln Die dürfen nicht austrocknen Immer ein gutes feuchtes Klima Immer ein bisschen Laub Weißfaules Holz natürlich Ist hier irgendwo untergebuddelt Ein bisschen weißfaules Holz haben sie auch immer Man kann sie natürlich auch für ein bioaktives Terrarium benutzen Sogar sehr gut Dann solltet ihr nicht zu viel zufüttern Wenn ihr ein Terrarium mit Erdboden habt Ein bisschen Laub mit rein Und dann können die Asseln dazukommen Und können ihren Job als bioaktive Terrarien-Crew machen Man findet die Art Also auf den Börsen sehr selten Ich habe in meinem letzten Video noch gesagt Ich werde Frankfurt-Börse wohl nicht dabei sein Was mir zu weit ist Ja, sorry, Korrektur Ich werde Frankfurt wohl doch mitnehmen Dann könnt ihr diese Art zum Beispiel bei mir erstehen Ist eine Art, die noch sehr teuer gehandelt wird Nee, es gibt Asseln, die werden mit 2000 Dollar pro Tier verkauft Also teuer kann man nun wirklich nicht mehr sagen Aber diese Assel hier gehört in Deutschland Wenn ihr auf Börsen unterwegs seid Noch zu den teureren Arten Aber ich denke mal, das wird sich demnächst auch sehr stark ändern Je mehr Leute, die eine Zucht haben Weil die ist sehr produktiv Ihr seht das bei mir auch überall krabbeln Babys rum Sehr kurze Generationendauer Also sehr vermehrungsfreudig Das wird denke ich mal ähnlich wie bei den Kubaris Panda Kings Die im Hobby auch ganz anfangs sehr teuer waren Aber da hat man festgestellt Die vermehren sich ja sehr, sehr gut So wird der Preisverfall ja auch sehr bald sein Denke ich mal Weil die Art vermehrt sich wirklich gut Sehr produktiv Sehr schön auch Da hat man so die Dalmatina Assel gekreuzt Mit einem In der kubanischen Assel so ein bisschen Also Schön groß und Sehr leuchtend weiß Und sehr wuseliges Verhalten Sehr, sehr schick Nicht ganz so extrem wie die Kubaner Muss man dazu sagen Nicht so extrem Aber schon wilder als die meisten anderen Die Größe übrigens Da findest du online Angaben Von 1 bis 2 cm Also einige sagen Die wird 1,2 cm Andere sagen Die wird locker 2 cm Ich habe hier ja meine Adulten Ich habe jetzt ja gerade kein Geodreieck drangehalten Ich würde aber auch sagen Also 1,5 cm Sag ich mal inzwischen Manche Einzelexemplare Können bestimmt auch 2 werden Ist schon eine mittelgroße Art Ich würde sie als mittelgroß bezeichnen Schön zu halten Sehr schön Und man kriegt ja auch Diese Gattungsbeschreibung Nicht so Dillo alleine Ist ja schon sehr exotisch Japanische Assel Und so Nicht so häufig zu sehen Wenn man mal sich umschaut Da hat man eine sehr nette Art Sehr exotisches Was selten zu sehen ist Ist eine Art für einen Freak glaube ich Eine Freak Art für Leute Die was ganz Besonderes haben wollen Damit genau das Richtige für mich Und für euch ja vielleicht auch Ich freue mich Wenn ihr mir ein Abo dalasst Bis dann liebe Freunde Also Voll Bis dann bis dann bis dann lon Untertitelung des ZDF, 2020